Tag, servus und hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen und ich habe mal wieder eine Gitarre dabei. Und zwar habe ich von G-Star die Gitarre-Set-Name, Gitarre, Electric-Gitarre, Entschuldigung, aus der Serie Gateway to Music. Dürfte irgendwann im Juli jetzt erschienen sein. Ich habe das bei Markus in der Klemme in Wien gekauft, der das auch importiert hat, wie man hier sieht und ich habe keine Ahnung, ob sie in Deutschland irgendwo gerade erhältlich sind, aber einfach bei Markus nachfragen, dann kommt es sicherlich auch nach Deutschland. Das ist die 87501, hat 215 Teile, kostet 9,99 Euro und hat einen Tattepreis von 4,6 Cent. Genau, so sieht es aus. Wir kriegen eine Schachtel, die sieht so aus. Könnte etwas kleiner sein für das, was drin ist, aber irgendwo geht es auch noch. Genau, hier steht eigentlich alles drauf ab sechs Jahren. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht unrealistisch und hier sehen wir überall ein bisschen was. Was steht hier oben noch? G-Star hat anscheinend zwei Logos. Wusste ich gar nicht. G-Star und G-Star. Okay. Okay und ihr seht, es gibt noch eine Geige. Die habe ich nicht, da ich mit Geigen leider sehr wenig anfangen kann und hier eben der Importeur war der Markus alias die Klemme in Wien. Wir kriegen dazu eine Anleitung. Die lässt eigentlich keine Fragen offen bis auf eine, auf die lege ich gleich noch ein. Man baut erst diesen Ständer, baut dann die Gitarre und hinten sehen wir den Serviervorschlag und am Schluss nochmal, es gibt auch eine Geige. Genau. So, da ist das schöne Stück. Also in dem Karton ist nochmal so ein Karton, in dem dann die Tüten sind. Genau. Weiß nicht, ob es das stabiler macht oder warum das so ist, aber es ist so. Das ganze Ding, wenn man so stehen hat, ist 24 Zentimeter hoch und hat dann eine Breite von 8,5 für die Vitrine und ist tief. Acht. Genau. Ja, so sieht sie aus. Man erkennt, das ist eine Les Paul in grün. Die Farbe ist etwas tricky finde ich, aber es glaube ich gab sie auch in grün. Ich weiß nicht. Bob Marley glaube ich war einer der Großen, die sie benutzt hat oder es ist glaube ich neben der SG und der Fender einer der klassischen Rock oder Jazz Blues, wie auch immer Gitarren. So sieht das aus. Ich finde da hätte noch ein, zwei Schnüre mehr Spaß gemacht. Der Hals ist nett gebaut. Das sind übrigens, ist mit Fliesen gebaut, aber es gibt keine Drucke. Der Bau ist nett, lässt sich schnell bauen, lässt sich gut bauen. Hier spaltet sie sich bei mir ein bisschen und das liegt daran, dass es im Prinzip hier so zusammengeklappt und hier oben wäre noch eine Noppe ganz gut gewesen, damit das hier zusammenhält. Aber ein bisschen Luft ist immer. Leider nix, wo man einen Gürtel dran machen kann. Der ist natürlich, wäre auch noch fein gewesen und auch nix, wo man ein Kabel reinstecken kann. Dazu kriegt man noch diesen Ständer. Der ist einfach gebaut und ja, wir haben das typische Thema bei den, bei den asiatischen Herstellern. Diese, diese Achsen könnten alle etwas zueinander besser klemmen. Denn ja, das ist ein bisschen friemelig, bis man zusammengebaut hat. Ein Thema ist laut Bautplan gehören hier auf der Seite diese Lego Ninjago Schilder dran. Das ist ein geschütztes Teil. Die werden ersetzt durch diese hier. Kann man das gerade irgendwie erkennen? Moment, guck mal. Das sind so, ich kenne die nicht. Habe ich noch nie gesehen, aber man kann die da auch einfach jetzt nicht hinklemmen. Also sie haben einen Ersatz mit reingelegt. Der Ersatz funktioniert aber nicht. Baut entweder einfach zwei Fliesen hin und verwendet die für irgendwas anders. Ich finde es einerseits gut natürlich, dass keine geschützten Teile drin sind. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht importiert worden. Andererseits ist es dann eben schade, dass es doch was ersetzt wird, was keinen Sinn macht. Vielleicht finde ich es gerade, um euch zu zeigen, was das Ninjago Schild eigentlich ist. Wo ist es da, wo mein Finger ist? Hier auf der Seite. Hier könnt ihr sehen, dass es das Ninjago Schild, das noch geschützt ist. Genau, was soll ich sagen? Das Ding macht für ein Zehner netter Spaß. Es ist jetzt mit einer Fender Gitarre von Lego Ideas natürlich nicht zu vergleichen, aber das ist auch so ein bisschen nice to have. Wäre natürlich sowas wie bei der Fender Gitarre noch ein Gurt zu haben. Ein bisschen mehr Flat Silber. Also hier die Teile sind schon Flat Silber, aber die Regler in Flat Silber wären auch noch schön gewesen. Die Klemmkraft der Teile ist wie bei G-Star üblich bombastisch. Also die klemmt. Das ist überhaupt kein Problem. Sie sind auch nicht matt oder irgendwie abgestumpft. Alles toll. Tolle Qualität. Keine Probleme. Man erkennt, dass es eine Les Paul sein soll. Wie gesagt, schade finde ich, dass mit den Ninjago Schildern das, was durch was ersetzt wird, die nicht funktioniert. Dann die Achsen könnten, wie gesagt, einzige Qualitätsthema könnten ein bisschen besser sein, aber man kriegt es schon zusammen und es hält dann auch. Und dafür ein nice to have wäre natürlich noch mehr Flat Silber und etwas mehr so ein Gurt oder noch so. Und die Proportion hier zum Hals könnte auch ein bisschen optimaler sein, ist aber natürlich mit der Menge der Teile, die verbaut wurden im Rahmen. Genau, ich habe es euch gezeigt. Heute ein kleines kurzes Video. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dieser Gitarre haltet und ob ihr euch die Geige besorgt habt. Und ich freue mich über einen Daumen nach oben, euer Abo und wenn ihr die Glocke klingelt. Hier geht es noch weiter mit anderen Videos. Lasst euch gut gehen, klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.